So, es ist wieder Zeit für Subnautica. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich war fleißig, ich war doch offscreen ein bisschen unterwegs. Ich habe mir übrigens auch gedacht, wir könnten hier, zumindest solange der Platz reicht, von jedem Fisch, den wir finden, mal einen reinpacken. Ihr seht, ich habe schon so einen Schwebefisch gefunden. Blasenfisch kennen wir schon, das Ein-Augen-Ding hier kennen wir auch. Und diesen anderen hier, ich kann euch gar nicht sagen, wie er heißt, den habe ich auf jeden Fall auf meiner Reise auch gefunden. Der Grund für die Reise war, ich habe Material gebraucht. Und ich habe ein bisschen geguckt, wo wir am besten Material finden, denn ich brauchte Blei, ich brauchte auch unter anderem Gold, Silbererz. Wir haben auch Lithium gefunden, was mega, mega cool ist. Jetzt, wie gesagt, der Grund, warum ich wollte ein bisschen was bauen. Und zwar, ich habe da leider immer noch nicht alle Teile gefunden, aber der hauptsächliche Grund war, ich wollte bauen den Strahlenanzug. Warum? Ich würde heute gerne, ich weiß, ich habe euch versprochen, wir bauen heute, aber ich würde heute gerne nochmal den anderen Live-Pod entgegennehmen, beziehungsweise anschauen. Denn ich habe die Hoffnung, dass wir da noch einige Rezepte finden, einige Blueprints. Und das wäre ja in dem Sinne ganz praktisch. Jetzt sollten wir den haben, bleigefüllter Anzug, der vor Strahlung schützt. Das heißt, wir können jetzt theoretisch in Richtung Aurora ohne Probleme zu kriegen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz was essen. Übrigens haben die Bäume sich hier mega gut als Nahrung herausgestellt. Wir müssen mal kurz hier leer machen. Ihr werdet es gleich sehen, hier ist schon alles ziemlich vollgepackt mit den Materialien hier. Denn wir finden einfach so wahnsinnig viel davon, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wohin damit. Und ich schon angefangen habe, hier den Spind voll zu räumen. Das wird sich natürlich ändern, sobald wir mehr bauen. Ich habe ja versprochen, wir machen wieder eine Baurunde. Die werden wir auf jeden Fall auch machen. Da habe ich schon riesig Lust drauf. Aber wie gesagt, ich möchte einmal kurz vorher zu dem anderen Live-Pod tauchen und gucken, was wir da finden. Jetzt müssen wir, wie gesagt, nochmal kurz essen. Den hacken wir mal leer. Jawohl. Dann packen wir wieder einen da rein, dass er wächst. Und den Rest mampfen wir in uns hinein. Der bringt nämlich auch einen Haufen Wasser. Also von daher ziemlich, ziemlich praktisches Ding. Wir werden wieder ein bisschen was da lassen. Und zwar das Konstruktionswerkzeug lassen wir da. Und das Reparaturwerkzeug. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar. Außerdem die eine leere Batterie hier macht ja auch keinen Sinn. Wir haben noch zwei voller. Das Ding hat noch 48%. Die Taschenlampe hat noch 52. Wir sollten also ganz gemütlich da ankommen. Und bevor wir das machen, möchte ich hier noch einmal ganz kurz hören, was er uns zu sagen hat. Denn wir haben ja noch ein PDA gefunden. You know, Aurora, we're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former. But that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be, we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sun beam out. Okay. Also, das Raumschiff, das uns hoffentlich zur Rettung kommt, ist unterwegs. Hat uns noch so einen, ich möchte nicht sagen sarkastischen, aber doch lustigen Spruch gedrückt. Jetzt mal eine Sache. Quatsch, bevor wir losmachen. Ich hatte gesehen, es gibt ein neues Tauchgerät und eventuell, ich weiß nicht, ob wir genug Material haben, aber eventuell können wir uns das bauen. Denn dann können wir tiefer tauchen und hoffentlich auch länger. Ausrüstung, wo war es? Da. Ein Kabelsatz. Was brauchten wir für einen Kabelsatz? Zweimal Silberärzt, das haben wir. Das ist überhaupt kein Problem. Passt mal auf, das habe ich da vorne reingepackt. Dann machen wir das nämlich auch noch. Dann gehen wir möglichst gut ausgerüstet an die Sache ran. So. Wir hätten gerne den Kabelsatz. Ich möchte jetzt erstmal in Ausrüstung investieren. Ich denke, das ist am sinnvollsten. Denn das ist das, was uns im Überleben hält. Ein Fasergewebe. Das haben wir irgendwo auch noch hier rumfliegen. Dessen bin ich mir fast sicher. Jawohl. Dann wird hier drin auch mal ein bisschen leerer. Wir können das Ganze ein bisschen verwerten. So. Einmal das Kreislauf-Tauchgerät. Und erzeugt daraus Atemluft. Perfekt. Also wir sollten theoretisch länger tauchen können. Jetzt probieren wir das gerade mal. Okay. Also wir können entweder den Strahlenschutzhelm tragen oder das Tauchgerät. Gucken wir mal. Das geht auf jeden Fall los. Wir können jetzt tiefer tauchen. Ohne dabei mehr Luft zu verbrauchen. Jetzt würde ich sagen, wir gehen erstmal gerade hin und tauchen dann wie das letzte Mal wieder gerade runter. Dann passiert uns hoffentlich nicht allzu viel. Aber es ist ein Kilometer dahin. Das heißt, es dauert jetzt ein bisschen. Aber wir können uns ja die schöne Landschaft hier währenddessen einfach anschauen. Uhrzeittechnisch müsste man ganz gut aufgestellt sein. Es war gerade erst Nacht. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen gleich los. Dann sehen wir das Ganze hier hoffentlich auch im Hellen. Denn im Hellen macht das natürlich alles hier viel, viel mehr Eindruck. Überreste eines hochrangigen Passagiers an Bord. Überreste eines Hoch... Oh, das heißt aber nichts Gutes, ne? Das heißt aber nichts Gutes. Wenn nur Überreste da sind, heißt es, dass es der arme Kerl nicht wirklich überlebt hat. Hm. Naja. Wir gehen da jetzt mal hin. Wir gucken mal. Zwischendurch mal atmen. Da geht's. So, ich hoffe, dass es hier irgendwo in einem hellen Biom ist. Und nicht im stockfinsteren. Aber ich glaube... Wir haben Pech. Ja. Es ist hier im düsteren, trüben Wasser. Jetzt hoffe ich... Oh ne, es wird heller. Ohje. Heute habe ich es im Hals. Oh, da unten sieht es aber... ...pilzartige Gewächse. Ja, wir sollten jetzt hier runter. Wir holen jetzt nochmal Tiefluft. Und tauchen da jetzt einmal runter. Auf geht's. Altera Vehicle. Okay. Jetzt hoffe ich, dass diese Dinger da nicht so gefährlich sind, wie sie aussehen. Oh. Also das Ding hat es definitiv auch zerlegt, wie ihr seht. Auch hier ist wohl nichts mehr zu holen. Integrating new PDA-Data. Mist. Also ich habe die... Verliere langsam die Hoffnung, dass wir hier noch irgendetwas finden, was an Leben erinnert. Aber hier ist ein Haufen Lithium. Das ist gut. Dann sieht sie auch nicht ganz so gemütlich aus. Sie sagte doch irgendwas von Fahrzeugen. Können wir uns hier vielleicht umgucken? Aber hier sieht nichts aus nach Fahrzeugen, ne? Oder mehr gut. Sie meinte wahrscheinlich den Live-Pod Nummer 13, ne? Den haben wir jetzt entdeckt und müssen leider feststellen, auch da kein Lebenszeichen. Das ist ja überhaupt keins. Hm. Wir machen uns das mal schnell hoch, weil wir sind ziemlich weit unten. Und haben nicht mehr lang zu atmen. Wir gucken da nochmal ganz kurz runter, aber... Da war jetzt auch leider kein Blueprint oder sonstiges, ne? Schade. Sehr, sehr schade. Denn uns fehlt noch ein bisschen was zur mobilen Fahrzeugstation. Die würde ich ganz gerne schnellstmöglich bauen. Ah, jetzt wird es dunkel. Mist. Soviel zum Thema. Es war gerade erst Nacht, ne? Es ist stockfinster. Hier unten. Gerade in der Tiefe, ne? Klar. Was bist denn du eigentlich? Kann ich dich scannen? So macht er das nicht? Hm. Seltsam. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass hier drin gar nichts mehr ist. Der Live-Pod hat es nicht geschafft. Der ist definitiv mehr als kaputt. Und hier gibt es niemanden Überlebenden. Ah, wir haben ein bisschen was an Lithium mitgenommen. Das hat schon mal für uns zumindest einen Vorteil. Das nehmen wir lieber nicht mit. Davor habe ich immer Angst. Wenn das genauso ist wie in anderen Spielen, dann rennt uns dann gleich irgendwas hinterher. Das müssen wir nicht testen. Salzablagerung. Aber wir können uns merken, hier in dem Biom gibt es auf jeden Fall ein bisschen was an Lithium, ne? Hier zum Beispiel. Das mit. Wir können es gut gebrauchen. Das mit. So. Jetzt schnappen wir uns wieder das Ding und machen es auf den Weg nach oben. Was bist du? Probieren es lieber nicht. Wir probieren es lieber nicht. Aber die Biome sehen schon richtig schön aus, ne? Am Tag wäre natürlich noch schöner gewesen. Schade. Ich dachte wirklich, dass wir da jetzt irgendwie was finden. Ist nicht unbedingt Überlebende. Das wäre ein bisschen zu früh, glaube ich, in der Story. Aber ich dachte zumindest irgendwas, was uns weiterbringt. Naja. Dann machen wir uns zurück und gucken mal, was wir bauen können. Vielleicht fangen wir an, unsere Base mal ein bisschen auszubauen. Aber erst mal gucken wir, ob wir noch ein paar Aufzeichnungen. Ob wir da noch irgendwas hören. was Neues, eventuell neue Standorte. Das wäre ja auch interessant, ne? Ich glaube, hier war ich vorhin schon. Hier bin ich, bin ich entlang getaucht. Ja, das sieht sehr stark nach dem Biom aus, wo ich vorhin war. Oh, was machst denn du da? Der trägt Schrott durch die Gegend. Auch interessant, ne? Auch sehr interessant. Na da, das nehmen wir noch mit. Selbstverständlich. Das nehmen wir auch noch mit. Man kann nie genug Material haben, denke ich. Und deswegen, wenn wir was finden, nehmen wir es mit. Wir können immer noch mehr Spinde bauen, das ist kein Problem. Unterbekommen wir das auf jeden Fall irgendwie. Und wenn wir es dann brauchen, haben wir es da. Oh, hier ist wieder trübe Pampe. Sieht ja gar nicht schön aus. Da leuchten die, die Schlingpflanzen. Nein, 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 nein. Wir sind lieb. Sei du auch lieb. Nachts sieht es halt auch alles noch ein bisschen anders aus. Es leuchtet alles. So einen hätte ich gerne, aber den kann ich nicht mitnehmen. Doch, bleib du da. Ach, die leuchten im Dunkeln. Okay, deswegen sehen die so aus. Ich verstehe. Ich verstehe. da müsste unsere Base irgendwo sein. Jawohl. Jetzt kommen wir nach Hause. Einmal hier reingewatschelt. Dankeschön. Sehr nett. Ich finde es immer schön, wenn man hier reinkommt und sie begrüßt einen. So, jetzt packen wir den Fisch erstmal schnell da rein. Zack. Da haben wir doch einiges gefunden. Vor allem Lithium. Hochwertig. Jetzt können wir mal gucken, was wir bauen wollten, was wir bauen möchten. denn Kompass, das halte ich momentan noch nicht so für richtig sinnvoll, wenn ich diese Hochleistungsschwimflossen irgendwann entdecke. Oder irre ich mich? Naja, wir gucken jetzt mal. Werkzeuge. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Das ist die fotografische Pfadfinderscheibe aus. Wir verwendet haben einen Weg, das der Höhle zu markieren und einen Bereich. Okay, das brauchen wir aktuell auch noch nicht wirklich. Hier sind Bestandteile unbekannt. Das haben wir alles schon. Geräte. Bestandteile unbekannt. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Haben wir schon. Ich denke, momentan geht es eher in Richtung Konstruktionswerkzeug und die Basefit machen. Da schnappen wir uns doch gerade mal das Werkzeug wieder. Ne? Macker nicht. Erst hier reinziehen. Okay. So. Dann packen wir das auch mal zur Sicherheit hier rein. Man weiß ja nie, dass irgendwas Doofes passiert und alles ist weg. Konstruktionswerkzeug. Und jetzt gucken wir mal. Hier gibt es nichts Neues, hier gibt es nichts Neues. Diesen Heeren hätte ich gerne. Damit können wir einfach Energie erzeugen. das hier hätte ich gerne, dass wir mehr Medikits herstellen können. Ein Fabrikator insgesamt wäre glaube ich nicht schlecht. Davon brauchen wir eigentlich nichts. Also wir fangen doch mal mit dem Medikit an. Wir brauchen einen Computerchip, Fasergewebe, Silber, Erz, aus Titan. Was brauchte man denn für einen Computerchip? Ich habe keine Ahnung. Fakt ist, ich nehme mal von dem teuren Zeug hier ein bisschen was mit. Jetzt schauen wir doch einfach mal. Also. Der Computerchip braucht ein Kupferdraht, den können wir. Und wir brauchen noch eine Tischkorallenprobe. Ich glaube die zu haben, wenn nicht ist es überhaupt kein Problem. Da ist sie. Reicht eine? Wahrscheinlich brauchen wir wieder zwei, ne? Ja, wir brauchen zwei. Oder? Äh, wo ist er? Da. Zweimal. Kein Problem. Einmal kurz raus. Die Dinger hängen ja überall rum. Ich meine sogar direkt vor der Haustür. Jawohl. So. Zack. Oh, nimmst du es mit. Danke. Ein vor der Haustür. Perfekt. Dann fangen wir mal an, unsere Base hier ein bisschen einzurichten. Und vor allem ein bisschen abzugraten, ne? So. Computerchip. Wie machte man nochmal Fasergewebe aus Schlingpflanzenproben? Haben wir davon noch was? Jawohl. Perfekt. Dann können wir das auch mal verschaffen. Die Schlingpflanzenprobe. Wieso geht's nicht? Ach, zwei. Zum Glück wächst es vor der Haustür. Aber das wird jetzt ein bisschen hin und her gerenne hier. Das tut mir jetzt auch leid. Aber, ähm, wir haben ja gesagt, ich schneide so wenig wie möglich. Einfach, dass ihr schön viel seht, was wir hier treiben. Zwei. Drei. Vier. Das sollte erstmal reichen. Dann haben wir erstmal genug von dem ganzen Zeugs hier. Kommen wir schön gleich da drüben rein. So. Ja, schade, dass wir mit dem Live-Pod nicht wirklich was gefunden haben. Gut, wir haben wieder eine Aufnahme. Das ist schon mal gut. Ähm, aber ich hatte mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Machen gleich noch was davon. Hatte mir da ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte, dass wir mit ein bisschen Glück da vielleicht jetzt noch mehr Teile finden, ne? So, wir können das Ding bauen und ich würde sagen, es macht doch eigentlich auch hier Sinn, oder? Da passt es gut hin. Sup. So, und das produziert uns jetzt alle 30 Minuten ebenfalls noch ein Medikit. Ähm, was ja nur vorteilhaft ist, ne? Bei unserem Lebensstil hier unten macht das doch deutlich Sinn. So, den wollte ich eigentlich auch noch bauen. Drüben. Ähm, allerdings ist mir das Material momentan ehrlich gesagt noch ein bisschen zu schade. Ich möchte eigentlich erst abwarten. So, da hierfür, ähm, brauchen wir vermutlich einen neuen Raum. Denn ihr seht, das Ding ist nicht gerade klein. Ich könnte es hier in die Mitte bauen. Halte ich aber momentan nicht so für sinnvoll hier drin. Ich würde draußen gern, äh, ein neues bauen. Wir brauchen jetzt Titan. Und Titan sollten wir, genau, zum Fressen haben. Denn ich war fleißig unterwegs und hab alles eingesammelt, was ich gefunden habe. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir hatten ja letztes Mal schon das Problem mit dem Bauen. Das würde ich diesmal gerne etwas umgehen. Indem wir einfach erstmal dahinter bauen. Nämlich hier entlang. Lasst mich mal gucken. Vielleicht geht das. Kann ich die da ran bauen? Warum magst du das schon wieder nicht? Ach, das wird nicht gehen, weil da eine Wand drin ist, ne? Ach ja, da ist ja alles zugebaut, ne? Da, 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 da. Dann wird das Fenster weichen müssen. Oder? Reicht das? Das Fenster weg, das wird nicht gehen, ne? Oder wenn wir hier eine Röhre reinbauen? Pass mal auf. Oh. Da willst du nicht hin, ne? Ne, geht wieder nicht. Ähm, dann machen wir hier doch anstatt diesem da. Pass mal auf. Kann ich das wegkonstruieren hier? Weg. Vielleicht wird es zuerst demontiert werden. Okay. Dann müssen wir einmal fix da rein. Ich glaube, ich weiß, woran... wo das Problem liegt. Da ist nämlich noch ein Schott drin. Nehme ich stark an. Genau. Das Schott machen wir mal weg. Supp. Inventar voll. Schön. Das machen wir jetzt noch fertig. Egal, wie lange die Folge ist, ich möchte den Raum zumindest noch ansatzweise bauen. Oh, da ist auch alles voll. Packen wir da noch ein bisschen Titan rein. Kommt, Geiz ist geil. So, das machen wir noch fertig. Zumindest, dass wir geplant und platzieren können, dass wir wissen, wo es beim nächsten Mal weitergeht. So. Dann einmal wieder raus. Sollen wir hier zumachen zur Sicherheit? Komm, wir machen hier zu. Dass das nicht alles zerstört wird. So. Wupp. Einmal hier raus. Wenn ich hier jetzt ein T-Stück einbaue... Spind ist nicht leer. Ich habe doch gar kein Spind da drin. Welcher Spind? Habe ich da ein Spind reingebaut? Sicher? Jetzt bin ich gerade über das Verwirr. Spind. Da ist doch gar keiner. Ich bin etwas... etwas überfragt gerade, warum das jetzt nicht geht. Das kann ich dekonstruieren. Okay. Und das nicht. Warum? Das macht in meinen Augen gerade keinen Sinn. Denn bevor ich das Ding hier irgendwo hinstelle, denn hier passt es eigentlich ziemlich überall hin, muss ich ja erstmal gucken, dass ich da auch rankomme, ne? Sonst macht das ja keinen Sinn. Könnte jetzt gucken, ob ich es hier hinbauen kann. Passt mal auf. Da geht es auch nicht hin. Da geht es hin, aber das ist schon wieder zu hoch. Nee. Wir müssen erst gucken, wo wir hier Rohre ranpacken können. Und dann geht es weiter. Spind ist nicht leer. Ich habe da keinen Spind drin, Freund. Wirklich nicht. Wir probieren das jetzt noch einmal. Wenn nicht, brechen wir hier einfach ab. Und ich probiere das so lange, bis es funktioniert. Ach, kann das sein, wenn das der Schott hier nicht sein darf. Aber das hat doch damit gar nichts zu tun. Hier ist kein Spind. Definitiv nicht. Ich sehe keinen. Wir müssen jetzt mal aufpassen. Wir müssen wieder so eine Tür hier einbauen, sonst geht das gleich schief. Wo war denn jetzt der Schott? Da? Da. Bauen wir es hier mal hier zwischen rein. Dass da was schief geht. So. Noch einmal raus. Spind nicht leer. Ich weiß nicht, was ich mit Spind meinen. Ich kann es euch nicht verraten. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, warum. Fakt ist, ich werde es rausfinden. Und ich gucke jetzt einfach mal, ob wir eventuell in die Richtung hier erweitern können, wenn wir die Luke hier dekonstruieren. Da kann man ja dann woanders eine hin machen. Wenn wir da jetzt einfach ein Segment einbauen. Einmal drehen, bitte. So. Und kriegen wir dann hier den Raum noch hin. Das wäre natürlich ein Traum. Da will er nicht. Da ist wieder... Ich hätte hier etwas intelligenter bauen müssen. Um es mal so auszudrücken. Was wird denn, wenn ich den da oben drauf setze? Kommt man dann da durch? Komm, wir probieren es mal. Gibt es noch eine Leiter mitten im Raum? Ne, ne? Ne, da ist gar kein Durchgang. Da ist kein Durchgang. Schade, schade, schade. Was wir natürlich probieren können, ist das. Wieso geht dir das auch nicht? Das heißt, oben drauf kann ich auch nichts setzen. Also ihr seht, ich muss mich mit dem Bauen erstmal beschäftigen, bevor ich euch hier weiter stundenlang langweile. Es soll ja vernünftig funktionieren. Und damit es vernünftig funktionieren kann, muss ich mir hier erstmal so ein paar Basics, glaube ich, aneignen. Denn das, was ich hier plane und vorhabe, funktioniert so nicht. Aber das macht auch gar nichts. Wir probieren es beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich gucke mir das an. Ich schaue, dass ich das funktional hinbekomme. Und dann bauen wir beim nächsten Mal direkt den Reaktorraum. Der interessiert mich nämlich wahnsinnig. Ich möchte nämlich gucken, wie wir hier weiter mit Energie verbleiben. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, gerne auch ein Abo. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!